Hallo, wir sind Anna und Ander, Inhaberinnen der Spezialitätenbäckerei Anna und Ander in Karlsruhe. In der Bäckereibranche sind wir spätberufene Quereinsteigerinnen und unser Bäckereialltag ist voll von schönen Brotmomenten. Und ehrlich gesagt, gibt es etwas Schöneres, als jeden Tag unzählige Brotmomente mit anderen Menschen zu teilen? So gesehen sind für uns Brotmomente auch Glücksmomente. Und irgendwie jedes Mal ein kleines Wunder.